Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 25.04.2019. Die Marvel Items sind da! Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wie wir es heute Morgen schon vermutet haben, wir haben neue Items im Shop mit dem Update, mit dem Marvel Update. Jetzt sind auch die neuen Items reingekommen. Wir haben das Black Widow Outfit, wir haben Widows, Pirouette und bis der schwarzen Witwe. Die siebe, beißt, beißt, beißt. Die anderen Items haben wir in einem anderen Video bereits genauer betrachtet. Kennen wir ja schon alles. Wenn ihr es trotzdem sehen wollt, oben rechts in der Ecke ist der Link dazu da. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sind diese... Gehen wir gleich in die Stilvorschau. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, die guckt aber ganz schön böse. Die schwarze Witwe, guckt mal die Körperhaltung hier. Sensationell. Hier auch nochmal in der blonden Version, aber Red Hair gefällt mir hier an der Stelle ein bisschen besser, muss ich sagen. Was hat sie denn? Oh, eine Pistole, zwei Pistolen. Hammergeiler Teil. So, Teil des Avenger Assets. Cool. Black Widow kriegt von mir auf jeden Fall neun von zehn. Ich finde die mega cool. Und aktuell haben wir auch schon eine Benotung bis jetzt da für die schwarze Witwe. Und das ist diese hier. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich auch das Richtige drin? Nö. Habe ich nicht. Wo ist es denn? Da ist es. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Fünf von fünf bei einem Vote. Jo, also. Dann gehen wir mal hier raus. Übrigens, Backpack sieht auch eigentlich ganz cool aus, ne? Das sieht mega cool aus. So, dann haben wir jetzt hier diesen Bist der schwarzen Witwe mit diesem geilen Stromeffekt hier. Elektrifizierung. Cool. Schockierend effektiv. Das Ding sieht auch geil aus. Kriegt von mir auch. Wie hört sich das denn an? Boah. Alter. Alter Vater. Zehn von zehn. Bist der schwarzen Witwe. Hammergeil. Widow's Bite. Und da haben wir auch hier momentan bei Widow's Bite fünf von fünf bei einem Vote. Mega geil. Widow's Bite. So, und dann haben wir hier die Pirouette. Widow's Pirouette. Sieht auch echt interessant aus. Das werde ich dann jetzt gleich noch mit allen möglichen Skins aushören. Soforts. Spind durchspielen. Das Ganze, dann gucken wir mal. Ja, auch mega cool. Kriegt von mir auch neun von zehn das Teil. Haben wir bis jetzt noch keine Bewertung. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite mit mir dem Herrn gleich. Oder dem Herrn sofort oder uns beiden. Macht's gut bis dann und tschüss.